Carsten Niehus, Sanitär- und Heizungsbaumeister in Horstmar, bringt Wärme ins Haus. Wir kennen uns bestens aus mit Heizungstechnik und legen viel Wert auf persönliche, individuelle Beratung. Von alternativen Energien, über den Bau von Heizungsanlagen bis zur Badsanierung. Wir bieten alles aus einer Hand. Verlassen Sie sich auf die jahrzehntelange Erfahrung unseres Meisterbetriebs. Rufen Sie uns an.